Ich hab dem random in den Arsch geschmissen. Ui, das ist aber nicht schon gut. Ein Weife? Ja, aber hier ist ein gutes Sniper von 415 Schaden. Oh! Aber das brauch ich nicht. Kann sonst nix. Das brauch ich schon eher. Achtung, in Ankerung. Beginne mit Slack-Injektion bei Versuchsobjekten, die von Hyperion Kontaktperson angeliefert wurden. Name der Kontaktperson? Jason. Flashstick. Keine Sorge, mein Ende ist alles gut. Fest Subject. Zeh nicht hin, mein Schatz. Number 5. Du schlägst dich so lala. Ich benötige noch eine Echo-Aufnahme, dann habe ich alle Daten zusammen. Okay, Patricia. Patricia. Patricia, oder? Patricia. 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 Patricia, who plays Tennis World after? Boah. Hast du gesehen, wie die abgelangen sind? Sofort rein und bam. Krass. Es ist einfach eine krasse Sache, wenn der random reingeht und bam macht. Da liegt noch was. Das hätte ich gebraucht. Danke. Oh, das habe ich nicht gesehen. Gehst du weg von mir. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja auch nie. Hä? Hat er es gerade auf dem Boot? Ne, der hat er gekrabbelt. Was? Oh, alter. Da hinten ist ein Grisseler. Ein Grisseler? Da hinten ist ja auch nicht weg. Wie, wo muss ich denn da hinschießen, dass ich kritisch mache? Jo, tatsächlich. Keine Mission mehr. Da hinten ein Medikit brauchen. Medikit! Medikit! Wo? Ne, leider noch nicht. Wir sind nur zwei Idioten, die Medi-Git rufen. Ja, dann. Oh nein. Der lässt Sachen fallen, das ist cool. Wie geil ist da jetzt Target zu? Hier ist Medi-Git. Der schreit voll rum. Ich bin weggegangen. Der hat sich das geschnappt. Ich bin extra, ich bin nach hinten gegangen. Ja, die nimmt das auf. Wenn man es braucht, nimmt das auf. Du hast ja keine Chance. Ich war viel weiter weg als Rain. Ich stand direkt daneben. Du hast es selbst schuld, du hättest sofort hinrennen müssen. Ja. Ich als der Spieleentwickler und Designer dieses Spiels. Ach, du bist auch hier ein Designer. Ich bin Designer des Spiels. Ich kenne da noch jemanden, der macht die Designs. Ach, kacke und ich falle hier auch noch runter. Hab ich auch keine Munition, weil ich es ein Designer bin, weißt du? Designer haben grundsätzlich kaum Munition. Bis ich bin runtergefahren wie ein kleiner Hunde. Wow. Granate los. Ist gerade dein Pikachu in den Kampf geschickt. Mhm. Mein Pikachu explodiert und stirbt danach. Aber sonst ist das ungefähr wie bei Pokémon. Die schießen ihm die Gliedmaßen weg und dann heult er und dann weint er und dann klopft er und dann stürzt er. Was sagen die Roboter da eigentlich? Hilfe, Hilfe, mein Name ist super. Achso. Bist du immer tot? Nein. Das war ein ganz krasses Missionsproblem. Ich habe geschworen! Ich habe geschworen! Die ist ein... Dammt! Ich will die Kammerjäger so hören. Wow. Oh, wo kommen die denn her? Hier auf der, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe hier. Hallo, was machst du denn? Oh, die kämpfen aber auch gegen die Bots. Das ist gar nicht mehr schlecht. Oh, was ist das? Ich hab ihn das aufgenommen, war hier drin. Ich glaub, der Random ist in dieser Folge etwas leise. In dieser Folge ist der etwas leiser. Oder bei dieser Ausnahme generell. Ja, genau. Die Anmoderation gemacht, das heißt, der hat für heute schon sehr viel getan. Oh, Out of Money. Ich bin auch Out of Money. Und ich schieße immer schon, obwohl ich schon noch tot bin. Boah, drei Läufe, drei Schüsse, drei Tote. Junge, wir haben hier ganz andere Probleme, als irgendwas mit dem Roland zu hinterlegen, ehrlich. Ja, ist doch schon durch. So eine Iridium-Waffe hätte ich gar nicht schon gemacht. Hier ist noch Medikid, wenn das jemand braucht. Oh, einen mit Slack, das ist ein bisschen kacke. Medikid mit Slack? Nee, in der Waffe. Du verstehst das nicht. Halt's Maul! Du wolltest gar nicht, dass ich diesen Planeten beschimpfe. Da wird die Wälder. Wie so beschimpft die Maya hier die Leute? Und der Maya hatte ja nicht nur einen anderen Eindruck mit Freunden. Halte den Schnabel-Eindruck. Du hast doch keine Ahnung. Kind, du musst noch so viel lernen. Kind. Bam. Ups. Da war er tot. Ja. Alle raus. Alle raus jetzt. Oh. Oh. 1.000. Das mache ich. Lass doch mal rechnen mit dem anderen, das du vorher hattest, oder? Ich hab... Nee, das war nicht gut, was ich vorher hatte. Weil das ist immer irgendwo explodiert, wo die Feinde schon längst weg waren. Nee, dann lohnt sich das nicht für mich. Ab geht die Party. Eine Etage nach unten. Ich drücke. Oh, ich hoffe, hier gibt's noch irgendwo Munition, weil ich bin kaum... Wow. Sieht schlecht aus. Toll. Oh, da links ist noch. Überall. Am Rand. Ich guck erstmal nach Munition, ganz schnell. Einmal durchrennen, Munition. Gut, nächster. Bam, bam, bam. Hallo, nimm noch auf. Oh, kacke. Video kommt. Achtung, jetzt kommt eine Videosequenz. Geil, die gibt's das geil. Oh, geil. Geil, Endgegner. Oh, die arme Bloodwing. Oh, geil, das ist jetzt so... Ach, du kacke. Oh, guck mal. Da haben wir so eine Mega-Anzeige. Alle Elemente, du. Wow. Weißt, wie viel das ist, oder? Ja, Idiot. Was war's nochmal? Schimpf die nicht. Oh, Gott, verdammt nochmal. Du musst sie nur schwächen, ich betäube sie dann. Och, nur schwächen. Der will seine Bloodwingung nicht retten. Sie soll mal landen hier, der Arfe. Du kannst, um sie zu retten, aber wenn's nicht geht. Sie hat das, was wir brauchen, um an Control-Core Angel ranzukommen. Lass sie nicht töten. Ich will die nicht töten. Nö, wenn wir da nicht gewinnen. Nein, wir können die doch schwächen. Oh, shit. Alter. Das geht ja locker. Ah, wir kriegen das aber ganz gut hin. Das geht ja locker. Das geht ja locker. Ich muss Bloodwing nur ruhig stellen. Sie sollt nach Sanctuary schaffen und... Keine Ahnung, vielleicht kann Renzi zusammenflicken. Oh, oh, oh. Au, das fliegt auf mich. Kannst du auch nicht irgendwie verlangsamen, oder so. Ne. Wow, wow, aue. Was piept denn da? Ich bin tot. Hab dich, hab dich, hab dich. Aber ich hoffe, ich hab's. Fuck, ey, was... Jetzt kommen ja noch die scheiß Gags. So, okay. Alter. Aber die kleinen Gags sind ganz gut, weil dann... Komm, geh weg, Bloodwing, ey. Wir haben ja unsere eigenen... Unsere eigene Party am Start. Oh, scheiße. Danke. Oh, die ohne hat der jetzt so? Nein, 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 lass mich. Krass, jetzt mach ich auch gar nicht mehr so viel Schaden hier. Scheiße. Scheiße. Wenn die zum Schurzflug ansetzt, schnell wegbrennen. Alter, ich bin ja auch voll am Arsch. Nein! Mübel. Jetzt kommen... Oh, nein, oh, nein, Gegner kommen. Kleine Gegner kommen. Ja, von wegen. Das ist ein Badass-Gegner. So ist es schön, wenn die... Fuck, schaffe ich nicht, sorry. Diese Scheiß-Gags. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Keine Munition, Alter. Ja, das können wir vergessen. Da willst du Bloodwing jetzt nicht töten. Noch hat sie ja ein bisschen. Komme ich denn da runter überhaupt? Oh, toll, ich wurde ganz weit. Hm. Oh, shit. Shit. Oh, shit. Man kann keine Granaten werfen, wenn man tot ist. Das ist total ätzend. Man kommt auf jeden Fall noch rein. Komm, beeil dich hier. Du brauchst keine blöden Animationen, bis du... Oh, shit. Wie schön. Komm, jeder gute Krieger muss weitergehen. Nein, 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 nein. Diese Scheiß-Dinger hier auf dem Boden, ey. Die machen einen so... ...den einen so auf den Sack. Die mindestens noch... ...die Zunge springen. Freeze-Ball. Alter, wie die Milch gibt hier. Ich muss alles nachladen. Das ist wunderbar. Das piept, die. Wenn's piept, kommen immer andere Gegner noch. Oh, richtig. Hilft der uns? Ist der irgendwo und schießt mit uns? Der steht ja hier mit wie in uns. Töte den gerade. Nein. Ich meine dem... ...der Mordecai, der immer sagt, bin ich gut oder bin ich gut oder sowas. Aber töte sie nicht ganz. Kannst du gar nicht töten. So weit. Wo ist der Kerl denn? Oh, wie der... Oh, nein. Da war eine Bombe drin. Oh. Ich kann gar nicht auf sie rumspringen, um sie zuwiderzubeleben. Nee, der Kopf ist weg. Ei, ei. Nein. Dann kommt der durch das Sicherheitskraftfeld, das Control-Core Angel abschirmt. Okay, hinten geht's weiter. Warmes Viech. Oh mein Gott, eine Waffenkiste. Sieht aus wie ein Sarg. Passt, ja. Was haben wir da so? Nichts für mich. Hier ist noch eine. Pistole? Pistolechen. Oh. Oh, eine Slack-Granaten-Mod. Oh, der ist geil hier. 1.489. Da muss ich mal kurz rechnen. Was hab ich jetzt drin? Jetzt hab ich drin, Freunde. Die anderen kann ich nicht gebrauchen. 398 mal 7. Sniper-mäßig irgendwas? Tja, schade, schade, schade. Blood Wings tot. Ich würd sagen, das ist eine gute Stelle, um Schluss zu machen. Was denn bloß? Ich hatte doch irgendwo ne Vionine. Ich wollte so sarkastisch damit rumfäden. Gestern war sie noch... Hier sind noch eine Pistole. Ähm, Blake, wo ist die blöde Geige? Haschloch. Jetzt macht er sich noch drüber lustig. Wir kriegen dich noch, mein Bester. Wir kriegen dich noch. So, jetzt einen Speicherpunkt suchen und ab dafür. Was meint ihr? Ja. Ich kann euch jetzt übrigens wiederbeleben, indem ich euch ins Facebook eintrage. Ach so. Das ist gut. Ich bin schon bei Facebook. Ich noch nicht. Gibt's hier nirgends, wo man was verkaufen kann? Doch, da vorne ist ein Speicherpunkt, aber... Tagisch, tragisch. Ich möchte gerne so ne Erweiterung für mein Deck kaufen. Für dein Kartendeck. Sollen wir das nicht später machen, in der nächsten Folge? Vielleicht, Jan, ist traurig. Ich muss auch langsam Schluss machen, vor allen Dingen. Ja. Gut. Auf Wiedersehen, Freunde. Ja, jetzt bleib ich dich gern. Macht es gut, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Tschüss. Tschüss.